Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Wage, im Moment fühlst du dich vielleicht einsam oder unnahbar, weil du mit deinem Partner nicht richtig kommunizieren kannst. Solche Situationen können oft zu Selbstzweifeln oder Sorgen führen, sodass du dich fragst, ob du ihn versehentlich verärgert hast. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass dein Partner wahrscheinlich nichts von deinen Gefühlen mitbekommt. Vielleicht ist er mit familiären Verpflichtungen oder anderen Aufgaben beschäftigt, durch die er die Zeit aus den Augen verloren hat. Auch wenn diese Situation beunruhigend ist, darfst du nicht vergessen, dass es sich wahrscheinlich nur um eine vorübergehende Kommunikationsstörung handelt. Bleib geduldig und positiv, denn dein Partner wird sich wahrscheinlich bald bei dir melden. Heute fühlst du dich vielleicht besonders verspielt und liebevoll gegenüber deinem Partner, deinen Kindern oder Freunden. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, deine Wärme und Liebe zu den Menschen zu zeigen, die dir nahestehen. Außerdem ist es ein idealer Zeitpunkt, um deine eigenen Bedürfnisse mitzuteilen, die du vielleicht nicht oft zum Ausdruck bringst. Wenn es Aspekte deiner Persönlichkeit oder deiner Wünsche gibt, von denen du möchtest, dass deine Lieben sie verstehen oder wahrnehmen, nutze diese Zeit, um sie auf eine unbeschwerte und freundliche Weise mitzuteilen. Wenn du deine Liebsten einlädst, diese Aspekte von dir zu verstehen, kann das eure Beziehung vertiefen und eine stärkere emotionale Bindung schaffen. Wenn es darum geht, komplexe Konzepte oder Lösungen zu erklären, vor allem bei der Arbeit oder in einer Gruppe, nimm dir besonders viel Zeit, um sicherzustellen, dass alle es verstehen. Dein schnelles Auffassungsvermögen für neue Ideen ist ein enormer Vorteil, aber bedenke, dass andere vielleicht nicht das gleiche Verständnis oder die gleiche Geschwindigkeit haben. Geduld und klare Kommunikation sind heute das A und O anderen zu helfen, ihre Gedanken zu verstehen und mit ihnen Schritt zu halten, ist nicht nur ein Akt der Freundlichkeit, sondern fördert auch ein kooperatives und integratives Umfeld. Die Ausrichtung der Planeten kann heute zu Spannungen oder Konflikten führen, besonders in einer besonderen Beziehung. Obwohl Konflikte unangenehm sein können, sind sie nicht unbedingt negativ. Meinungsverschiedenheiten zu vermeiden, bedeutet oft, Wachstum zu vermeiden. Die Meinungsverschiedenheiten, die du heute erlebst, haben das Potenzial, deine Beziehung zu stärken und sie auf eine tiefere, bedeutungsvollere Ebene zu bringen. Das kannst du erreichen, indem du Probleme respektvoll und mitfühlend ansprichst. Denke daran, dass es nicht darum geht, einen Streit zu gewinnen, sondern darum, einander besser zu verstehen und gemeinsam zu wachsen. Wenn sich das neue Jahr entfaltet, stehen die Sterne in einem einzigartigen Muster und kündigen eine Zeit voller unerwarteter Überraschungen für dich an. Das Universum ist in seiner unendlichen Weisheit bereit, dir ein Geschenk der Glückseligkeit zu machen. Sei offen für das Unerwartete, denn was wie ein Zufall aussieht, könnte zu bedeutenden Veränderungen in deinem Leben führen. In dieser Zeit sind eine flexible Denkweise und Abenteuerlust gefragt. Nimm das Unbekannte mit Begeisterung an, denn die Überraschungen, die dich erwarten, werden dir Freude und eine neue Perspektive bringen. Halte deine Augen und dein Herz offen, denn das Universum flüstert dir seine Geheimnisse zu und verwandelt das Gewöhnliche in etwas Außergewöhnliches. Denk daran, dass die schönsten Momente oft unangekündigt kommen. Vertraue auf die Reise und lass die Magie des Neuanfangs deine Seele mit Wundern erfüllen. Die himmlischen Energien verstärken heute deine einfühlsarmen und kreativen Fähigkeiten. Da der Mond im Skorpion ein Treigen mit Neptun in den Fischen bildet, ist es eine gute Zeit für Selbstbeobachtung, Meditation und die Verwirklichung deiner Ziele und Träume. Diese Konstellation ermutigt dich dazu, deine emotionalen Tiefen zu erforschen und deine Kreativität zu entfesseln. Außerdem kann das Sextil des Mondes mit Pluto im Steinbock Gefühle von Nostalgie und Sentimentalität hervorrufen. Wenn du während dieser emotionalen Strömungen eine positive Einstellung bewahrst, wird das wahrscheinlich zu positiven Ergebnissen führen. Wenn der Mond in den Schütze eintritt, geht es darum, deine Gefühle auszudrücken und neue Lebensbereiche oder Kenntnisse zu erforschen, die für dich neu sind. Das ist eine gute Gelegenheit, deinen Horizont zu erweitern und zu lernen und zu wachsen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für dich, vage, heute darum geht, in deiner Liebesbeziehung Geduld und Verständnis aufzubringen, Liebe und Zuneigung für deine Nächsten auszudrücken, geduldig und klar zu kommunizieren, Konflikte in Beziehungen anzunehmen und daraus zu lernen und deine einfühlsame und kreative Seite zu nutzen. Das Universum richtet sich so aus, dass es dein emotionales Wachstum unterstützt und dich zum Selbstausdruck ermutigt. Nutze diesen Tag, um deine Beziehungen zu pflegen, sowohl zu anderen als auch zu dir selbst, und nimm die Gelegenheiten zum Lernen und zur persönlichen Entwicklung wahr, die sich dir bieten. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Karte der Liebenden steht für Liebe, Harmonie und Wahlmöglichkeiten in Beziehungen. Sie steht oft für eine tiefe Verbindung, nicht nur in romantischen Beziehungen, sondern auch bei persönlichen Entscheidungen und Partnerschaften. Die Liebenden deuten für heute darauf hin, dass du vor einer wichtigen Entscheidung oder einer Wahl in Bezug auf Liebe und Beziehungen stehst. Er erinnert dich daran, deine Optionen sorgfältig abzuwägen und bei deinen Entscheidungen Harmonie und emotionale Verbundenheit in den Vordergrund zu stellen. Die umgekehrte Drei der Stäbe kann auf eine Verzögerung deiner Pläne oder ein Gefühl der Stagnation in deinen Bestrebungen hinweisen. Sie kann darauf hindeuten, dass etwas, das du erwartet hast, nicht so eingetreten ist, wie du es erwartet hast, oder dass du auf deinem Weg auf Hindernisse stößt. Für den heutigen Tag rät dir diese Karte, deine Ziele und Pläne neu zu bewerten und dich mit Rückschlägen abzufinden. Die Königin der Kelche verkörpert emotionale Intuition, Einfühlungsvermögen und nährende Energie. Sie ist tief mit ihren Gefühlen verbunden und ist oft eine Quelle der Unterstützung und des Verständnisses für andere. Heute ermutigt dich die Königin der Kelche dazu, deine emotionale Intelligenz zu nutzen und in deinen Interaktionen Freundlichkeit, Mitgefühl und Empathie zu zeigen. Es ist ein Tag, an dem du deiner Intuition vertrauen und offen für die Gefühle und Bedürfnisse deiner Mitmenschen sein solltest. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf einen Tag der Entscheidungen, der Gefühle und der Geduld hin. Die Liebenden betonen, wie wichtig es ist, in Beziehungen oder Partnerschaften Entscheidungen zu treffen. Die umgekehrte Drei der Stäbe deutet auf eine mögliche Verzögerung oder Neubewertung deiner Pläne hin. Die Königin der Kelche unterstreicht, wie wichtig es ist, diese Entscheidungen mit emotionaler Intelligenz und Einfühlungsvermögen anzugehen. Nimm dir heute Zeit, um über die Entscheidungen nachzudenken, die du in deinen Beziehungen oder Partnerschaften treffen musst. Sei geduldig und offen für die Möglichkeit von Verzögerungen oder Neubewertungen. Lege bei deinen Entscheidungen den Schwerpunkt auf emotionale Verbundenheit, Einfühlungsvermögen und Verständnis, sowohl in deinen persönlichen Beziehungen als auch bei der Anpassung deiner Pläne. Einfühlungsvermögen usw.